Die Schuhe spritzen aus dem Monitor. Sie sehen, es hat drei Drücken. Einer ist vorne raus und zwei sind oben raus. Und ich habe das Düsseldorfschiff gebaut, bevor es den Baukasten gegeben hat. Das ist jetzt ein Baukasten, der hier steht. Von der Firma Rofe. Das ist in der Zwischenzeit auch schon immer drin. Aber ich habe das Schiff noch gebaut, bevor es den Baukasten gegeben hat. Und wir haben, selbst zweit haben wir das gemacht. Und wir haben auf dem Geld gebrannt. Und im Hafenunter haben wir mit Schuhen portiert. Das haben wir können hinbringen, mit 8. Löschschuhen. Aber wir haben ein Schiff schlafehartig einpackt, wo wir da wohnen. Und es war so weiss gewesen und alles voll Schuhen gewesen. Und was wir gedacht haben, haben wir gemacht. Wir können jetzt gar nicht zu Hause gehen, nehmen wir sogar zur Rechenschaft zurück. Aber das ist biologisch. Das ist alles so schön.